Moini Leute, heute habe ich was ganz besonderes vor für den Vlog. Eigentlich ist es nicht so besonders, weil ich gehe heute auf den Weihnachtsmarkt. Ich habe ausgeschlafenes Todes, also wirklich, ich habe so heftig geratzt, Leute. Und jetzt habe ich Hunger und es ist Weihnachtsmarkt in meiner Heimat, stört. Das hat sich gereimt und da gehen wir jetzt hin. Um gegen die Kalorien zu arbeiten, sind wir hingegangen. Nein, Spaß. Naja, der Schnee ist so ein bisschen, also ist eigentlich komplett weg. Hier, Leute, gar kein Schnee mehr da. So, also ich hole mir jetzt einen Crepe oder sowas. Mal gucken, ist noch sehr ruhig, weil es ist sehr früh für den Weihnachtsmarkt. Macht, macht. So, Leute, da bin ich jetzt mit meinem Crabberoni. Das sieht sehr, sehr geil aus. Das ist so eine Crepe Bowl. Finde ich viel geiler als ein Crepe, glaube ich, weil da kriegt man einfach mehr. Aber auch günstig. Ist hier so ein kleiner Weihnachtsmarkt mit so einem freiwilligen Verein und sowas. Das ist ganz dead. Aber ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen blöd. Leute, wir sind jetzt mit Pfeiwi hier draußen und haben ihn hier an der Leine. Und Pfeiwi riecht, glaube ich, das allererste Mal Schnee. Na, Mausi? Wie ist das? Er mag die Leine überhaupt nicht, leider. Oh, er ist richtig geübt in kleinen Walkies. Oh, mh. Kleine, süße Maustü. Ja, Mäuschen. Du machst das vielleicht toll. Du machst das vielleicht toll. Okay, Pfeiwi spaziert hier lang. Und hier ist ein kleiner Pfotenerbruch von dem kleinen Mann. Und er mischt immer seine Füße so ab, weil er dieses Nasse nicht gewohnt ist. Oh. Ja, dann nochmal. Wie in den Schnee getapst. Hier sind seine Pfoten. Ist das süß? Die kleinen Pfeiwi hat sich ein bisschen durchgefroren. Der ist das gar nicht gewöhnt, die süße Maus. Jetzt geht's wieder rein. Moin, moin, Leute. Bevor wir los wollten, hat uns der Paketbruder gesagt, halt, stopp, nicht abhauen. Ich habe noch ein Paket für euch. Das habe ich gerade ausgepackt und das ist echt cool. Ich zeige es euch mal. Und zwar hier Podcast Newcomer des Jahres, Leute. Denn Ebro und ich sind nämlich Podcast Newcomer des Jahres 2023 geworden. Sehr, sehr cool mit unserem Podcast Die Drei Rabauken. Jeden Freitag eine neue Folge. Und das war nicht alles. Die geilen Leute von Amazon Music haben uns ziemlich was Geiles geschickt. Leute, guckt mal hier. So war es hier. Ein Echo Studio. Das ist ein Echo Studio. Damit kann man halt, ne? Alexa, kennt jeder. Kann ich den Podcast abspielen? Das ist richtig schwer, das Teil. So, unboxen wir das hier nochmal. Uh. Ui, schick, schick. Hier ist so ein Säckchen drin. Alter Schwede, ist das schwer. Oh mein Gott. Hier, richtiges Alexa-Säckchen hier. Was? Leute, das Teil ist riesig. Das ist gigantisch, Leute. Das ist größer als mein Kopf. Das ist geil. Alexa, lauter. Wunderbar. Dax, dax, dax. Und die Geile gefüllt, das alle wieder sehen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wo ich sie am Anfang finden kann. Ich brauch sie so sehr. Führ doch nur ein bisschen flexen. Mal ein Hopper so näher. Versag mir, wo ich sie finde. Girl, ich baue die Zeit. Baue die Zeit. Alexa, was ist dein Podcast des Jahres? Okay, du musst raten. Mein Podcast des Jahres steht für Unterhaltung vom Feinsten. Er wird präsentiert von drei Hosts, die aus dem Gaming kommen. Seriös ist nicht. Nicht umsonst heißen sie, die drei Rabauten. Wenn du Ben und Elina noch nicht kennst, hör an. Und wenn du sie kennst, dann sowieso. Ja, Mann. Sag, spiel den Podcast des Jahres. Spiel ab. Übrigens, du hast eine neue Benachrichtigung. Möchtest du sie hören? Nein, ist geheim. Leute, wir sind Podcast des Jahres, Leute. Dieser Echo Studio ist echt geil. Der ist eine richtige Maschine, Leute. Vielen, vielen lieben Dank an das Alexa-Team. Dankeschön. Leute, ich habe mir noch Kekse gegönnt. Die sind scheinbar selber gemacht. Ich hatte auch einfach Bock auf Kekse. Eigentlich wollte ich welche selber machen. Vielleicht kommt das ja auch noch. Aber wir haben hier leckere Ausstechplätzchen. Deliziös, Leute. Leute, ich snack noch Kekse. Genieße die Weihnachtszeit. Es kommen noch mehr Vlogs. Gleich fahren wir, verrate ich noch nicht. Es kommt im nächsten Vlog, Leute. Ja, ich esse jetzt Kekse. Schaue ein paar Videos. Lasst ein Like und ein Abura. Tschüssi. Frags sind am Start und alle gehen hart. Es geht ab, 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 ab. Ja, die Frags sind am Start und alle gehen hart. Also jump, jump, jump. Frags sind am Start und alle gehen hart. Es geht ab, ab, ab.